Zunächst einmal war es für uns unheimlich wichtig, gut ins Spiel zu kommen. Das war auch die Marschroute, dass wir wirklich versuchen, von der ersten Sekunde Druck zu machen. Wir wussten, dass der HSV mit vielen neuen Spielern kommt und dass da vielleicht nicht alles gleich so funktioniert. Das hat die Mannschaft dann wirklich super umgesetzt. Ich denke, wir sind dann auch verdient in Führung gegangen. Und haben aber dann, Mirko hat es gesagt zwar, das sieht natürlich gut aus, aber da hatten wir auch mal so eine Phase, haben wir angefangen zu viel Hacke Spitze. So ein bisschen, ja, unser eigenes Spiel wieder verloren und sind dann in die Halbzeit gegangen. Die zweite Halbzeit war nicht einfach, mit Sicherheit nicht. Bei uns ist außen noch nicht alles perfekt, das hat man heute auch gesehen. Und dass der HSV eine richtig gute Mannschaft hat, das hat man, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Von da sind wir eigentlich einfach nur hoch zufrieden, dass wir jetzt diesen Sieg eingefahren haben. Wir haben auch sehr, sehr viele neue Spieler, auch wenn nicht alle jetzt auf dem Platz standen. Aber wir haben auch einen großen Umbruch und da hilft halt einfach jeder Sieg, einfach für das Selbstbewusstsein. Muss der Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Einfach die Art und Weise, dieses hohe Maß an Solidarität und dieses, ich helfe dem anderen, ich bin für den anderen da. Ja, das haben wir jetzt, oder das hat sich die Mannschaft wirklich erarbeitet und sie glaubt daran. Und das ist einfach basic für eine funktionierende Mannschaft und das haben wir im Moment. Wir werden nicht noch hungriger, wir sind schon hungrig. Bloß die Gegner sind auch hungrig. Und da geht es halt darum, dass man solche Spiele dann entscheidend Details, einfach Torschuss, und wie man ein Spiel beginnt, das erste Tor, dann entwickelt sich dann wieder das Spiel anders, dann bekommt man wieder eins. Also kann alles passieren in der Bundesliga. Wir sind mit Sicherheit nicht in der Situation, dass wir sagen können, wir sind eine große Mannschaft. Und wir werden, wir sind in jedem Spiel Favorit, absolut nicht. Wir sind eine Mannschaft, die sich im Moment entwickelt und so wird es auch weiter hinaus. Man hat gesehen auch, dass wir in der zweiten Halbzeit auch in der einen oder anderen Situation einfach Probleme haben, immer noch. Und das Gute ist ja, dass man daran arbeiten kann. Und das werden wir machen die nächsten Wochen und dann wird sich alles ergeben. Und wir müssen halt die Spiele so gut wie möglich beschreiten. Auch jetzt die nächsten gegen Paderborn und gegen Köln, die werden auch nicht einfach. Die können auch Fußball spielen. Also so ist es nicht. Wir müssen es vielleicht schaffen, dass wir es vielleicht sogar noch ein bisschen länger spielen können, wie nur eine Halbzeit. Dass wir es dann auch ruhig in der zweiten Halbzeit, um dann halt vielleicht auch mal so ein Spiel anfangen zu kontrollieren. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir so eine erste Halbzeit gespielt haben. Ganz einfach. Erstmal muss man so eine erste Halbzeit spielen.